Nach ukrainischen Angaben und nach Einschätzung von Militärexperten haben ukrainische Truppen bei ihrer Gegenoffensive einen wichtigen Erfolg erzielt. Es sei den ukrainischen Soldaten gelungen, die ersten Elemente der wichtigsten russischen Befestigungsanlagen, der sogenannten Surowikin-Linie, zu durchbrechen. Diese Berichte werden auch von russischen Militärbloggern bestätigt. Dieser Durchbruch beschränkte sich allerdings nur auf einen relativ kleinen Teil der Frontlinie, hieß es. Bevor die ukrainischen Streitkräfte weiter nach Süden vordringen könnten, müssten sie erhebliche russische Befestigungen beseitigen. Während die militärischen Erfolge vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gelobt wurden, prangerte er in seiner abendlichen Videoansprache auch Missstände an. Dabei geht es nach seinen Worten um die systematische Korruption bei der medizinischen Freistellung von Kriegsdienstverweigerern. Eine Untersuchung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates zeige das Ausmaß von falschen Befreiungen, Bestechung und Flucht ins Ausland seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Es gebe Beispiele von Regionen, in denen sich die Zahl der Wehrdienstbefreiungen aufgrund von Entscheidungen der Ärztekommission seit Februar vergangenen Jahres verzehnfacht habe. Es sei völlig klar, um was für Entscheidungen es sich handelte. Korrupte Entscheidungen, sagte Zelensky. Das war die今回 von Polk-Upräude und Gelände,